So, Tag ihr Nasenbären, seit langem mal wieder ein Video von mir. Und zwar, ihr seht im Hintergrund wieder Leitsternspiel. Eigentlich mache ich dieses Video, um euch eine kleine Info mitzuteilen. Ich werde im Endeffekt meinen Kanal neu starten. Das heißt nicht, dass ich die Videos alle löschen werde, sondern ich werde die ganzen Sachen, die jetzt vergangen sind, die ganzen Videos und die ganzen Let's Plays, alles, nochmal vom Grund im Endeffekt beenden. Und fange dann entweder am 1.3. oder am 1.4. Das kommt darauf an, wie wann mein Zockerrechner wieder von der Reparatur zurück ist. Je nachdem wird dann dementsprechend der Kanal neu startet. Dann werden die Let's Plays mit Intro und mit vernünftigen Thumbnails in Zukunft hochgestellt. So dass das im Endeffekt alles seine Ordnung hat. Weil die vergangenen Let's Plays haben ein bisschen Chaos gehabt. Und vor allem will ich darauf achten, dass in Zukunft auch die Sachen geordnet sind und nicht irgendwie so durcheinander. Wenn ich da Let's Plays mache, dass die Let's Plays wirklich von Grund auf, also wir fangen an und da wo sie beendet wurden sind, dass wir da dann in der Folge wieder, also in der nächsten Folge wieder weitergehen. Ja, das Leitstandspiel kennt ihr ja soweit schon. Da spiele ich jetzt einfach mal ein bisschen mit euch, dass ihr nicht nur wegen der Infos, sondern auch so ein kleines Display noch habt. Ja, Metalldiebstahl, da schicken wir jetzt mal eine Strecke hin. Und wir haben wieder einen Einsatzlein bekommen. So. Ja, es besteht immer noch weiterhin die Möglichkeit, dass ihr hier in unseren Verband beiträgen könnt. Ich kann ihn euch mal kurz zeigen. Ja, das ist hier die, wie heißt es Switcher. Und ihr seht jetzt hier auch schon, dass wir ein paar Mitglieder sind, wie zum Beispiel hier MC Disaster, YouTube-Kollege, oder hier der Let's Plays, YouTube-Kollege. Welche hier auch bei dem Hintergrund sind. Vielleicht wollen wir uns das noch kurz vor, äh, Hallöchen da lassen. Hallo. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht gehört. Hallo. Das war euer Let's Plays und jetzt gucken wir uns jedes Oster. Mäusen meines Gamer-Universum und willkommen zu diesem Video. So dumm, wie ich immer bin. Ja, Leute, wenn ihr hier draufkommt auf diesen, in dieser, auf dieses, ähm, auf den Verband, geht erst einmal ins Forum, bitte. Und seht euch vor allem erst einmal die Verbandsregeln und so durch. Und, äh, ja, so vom Prinzip her, es wird hier gemeinsam gespielt und alles. Das hatten wir ja beim letzten Video auch überwiegend schon. Dieses Video zählt jetzt noch als altes Video. Das wird jetzt noch im alten, äh, also in die alten Playlist-Verfahren noch mit reingehauen. Bevor das dann, äh, Dann haben wir hier noch ein Feuer im Krankenhaus. Das stellen wir mal auf Verband. Da ich ja in letzter Zeit recht wenig hier online bin. So. Ja, das, äh, Soweit jetzt mal dazu wegen dem Neustart im Endeffekt. Da wird auch die Beschreibung alles dann überarbeitet, weil ich gehe mir langsam wieder, ich bin langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Das heißt, ich werde jetzt auch langsam so wieder anfangen, Let's Plays zu machen und so. Sobald halt mein Zockerrechner wieder zurück ist von der Tabalatur, weil da hat sich eben die Festplatte gefressen. So, ja, dann hätte ich gesagt, äh, dann bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem Video. Hoffe, es gefällt euch trotzdem, auch wenn es nur so kurz ist. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Danke und tschü tschü. Ja, dann sage ich auch mal Tschüss. Wenn es euch gefahren hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, auch Hitsch. Abos finde ich natürlich auch ganz schön. Für ein EOB, für ein DR Let's Play. Und bei mir können die natürlich auch mal vorbeischauen. MC Disaster. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und auf Wieder. Tschaußen. Und jetzt kann sich DR Let's Play noch verabschieden. Und damit sage ich auch Tschüss von meiner Seite aus, die hier einfach nicht zu schauen. Bis dann, ich lasse Ihnen ein Abo da und Tschüss.